Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Cleverbot Part. Ja, ich wollte heute eigentlich einen Bioshock Part hochladen, allerdings hätte es zu lang gedauert, weil der Part zu lang war zum Hochladen. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich einen Cleverbot Part, weil die gehen immer schneller zum Hochladen. Und da habt ihr auch schon drauf gewartet. Deswegen, ja, hier ist der neue Cleverbot Part und es geht auch direkt los. Hallo Cleverbot! Hallo Cleverbot! Ich bin Gehrenbot. Ich bin Gehrenbot? Ich bin Gehrenbot. Ah, okay, alles klar. Du bist ein Bot und ich nicht. Cleverbot, kennst du da XY Clankiller 2 aus dem Schwabbeländle? Cleverbot, kennst du dort Eclipse und Landclub 2 aus dem Schwabbeländle? Clever, ja, das war sehr clever übersetzt von dir. Ähm, ja, was könnte ich noch sagen? Ähm, was ist dein Lieblings Playstation 3 Spiel? Was ist dein Lieblings Playstation 3 Spiel? Hat funktioniert. Du und ich... Du und ich knautschend. Bist du eigentlich pervers oder was? Bist ein perverses oder was? Ich bin ein Rau. Hä? Sag mal, hast du heute was gesoffen oder was? Zum, hast du das so vor was? Zu dir. Okay, wann kommst du? Okay, wann kommst du? 15. Um 15 Uhr? Um 15 Uhr? Um 15 Uhr, um 15 Uhr. Cool! Ja, da freu ich mich auch schon drauf, aber du bist doch ein Computer. Wie kannst du dann zu mir kommen? Ja, da freu ich mich auch schon drauf, aber du bist doch ein Computer. Wie kannst du dann zu mir kommen? Fast hätt's funktioniert. Ich bin mir bewusst, dass ich ein Mann bin und keine Frau. Weißt du überhaupt, was ein Philosoph ist? Ich bin mir bewusst, dass ich ein Mann bin und keine Frau. Wie heißt du denn? Klaus-Dieter zum 100. Mal. Ja, Entschuldigung, den Name kann ich mir nicht so gut merken. Entschuldigung, der Name kann ich mir nicht so gut merken. Nicht? Nein. Nein. Was hast du dann? Sag mal, warum redest du heute so komisch, ganz ehrlich? Summer Wars. Warum redest du heute komisch, ganz ehrlich? Warum? Ja, warum? Ja, warum? Und was, wenn nicht? Oh Mann, ey. Cleverbot, hast du ein Haustier? Cleverbot, hast du ein Haustier? Nein, es ist Kron. Sprich Deutsch. Hallo, hast du ein Haustier? Hast du ein Haustier? Und, ah, er hat ein Haustier. Und was für eins? Oh Gott, was für ein Haustier. Dein Vater. Ah, er hat mein Vater als Haustier. Ähm, ja, ähm, das sag ich jetzt mal nichts dazu, aber okay. Ähm, ich frag ihn das jetzt nochmal auf Schwäbisch. Also, hast du ein Haustier? Hast du ein Haustier? Das hat tatsächlich funktioniert. Ich glaub, es hat hier eine schwäbische Spracherkennung. Ähm, ja. Ja, okay. Was für eins? Einen Wellensittich! Es hat tatsächlich funktioniert. Und wie heißt dein Wellensittich? Sag ich nicht. Warum? Weil ich dich nicht kenne. Warum? Aber wir reden doch immer. Was? Warum? Aber wir reden doch immer. Tu ich nicht. Was tust du nicht? Ich wohne nicht in Berlin. Ach gut. Dann weiß ich das jetzt auch. Und die Spracherkennung ist weiterhin scheiße. Dann weiß ich das auch. Wo die Spracherkennung ist weiterhin scheiße. Es geht dich gar nichts an. Ähm, Cleverbot. Ähm, warst du schon mal im Kindergarten? Du findest es also anstrengend, mit mir zu sprechen. Und ich dachte, das mit uns zwei wäre was Besonderes. Willst du mich verlassen? Ähm, neuuuun! No Angels. Hells Angels. Linking Park. Ist eine Band. Oh, du bist aber ein ganz schlauer. Rolf, schon ganz schlauer. Ist das ein Computerspiel? Nein, das wäre sehr seltsam. Nein, das wäre sehr seltsam. Ach so, zwölf. Ah, okay, alles klar. Wie heißt du noch mal Hans Dietrich? Oder wie war dein Name? Wie heißt du noch mal Hans Dietrich? Oder wie war dein Name? Natascha. Ach so, ja klar. Das hört sich ja auch so ähnlich an wie Hans Dietrich. Also Natascha, du bist also ein Mann. Ja, aber dafür hast du einen sehr weiblichen Namen. Ach so, okay. Ja, aber dafür hast du einen sehr weiblichen Namen. Was? Please help make Cleverbot better. Tell us how human you conservation seem so far. Type a number between 0 and 10. 0 if robot, 10 if human. Or somewhere in between. Hey, was? Moment. Ob ich ein Mann bin oder ein Junge oder was? Äh, ob ich ein Mann bin oder ein Junge. Ja, genau. Äh, keine Ahnung. Ich schreibe einfach Jufka rein. Keine Ahnung. Ich beleg das nicht. So, Jufka, okay. Also, bist du eine Frau? Nein, aber du. Nein. Ach so, stimmt. Du bist ja ein Mann. Ach so, stimmt. Du bist ein Mann. Ich bin eine Frau. Hä? Vorher warst du doch nur ein Mann. What the fuck? Halo 4. Waffen und Mann. What the fuck? Not a guess, a guess. Der is a difference. Wie lang geht denn der Part? Acht Minuten. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Ähm, ja. Was könnte ich ihn noch fragen? Irgendwas voll auf Schwäbisch. Ah, ja, genau. Ich frage ihn mal einen lustigen Spruch. Welche Maus läuft auf zwei Beinen? Ah. Mit dem kann ich auch gar nichts machen. Ganz ehrlich. Ähm. Was ist grün und springt von Baum zu Baum? Was ist grün und springt von Baum zu Baum? Weiß ich nicht. Was denn? Ein Rudelgurken. Ist doch logisch. Das heißt, dass du dumm und jämmerlich bist. Das ist schön. Wenn es dir gefällt. Lol. Ja, okay. Ähm. Cleverbot. Kennst du XY-Klan-Killer-2 auf YouTube? Ja, also den kennst du, aber mich kennst du nicht. Ja, das ist sehr interessant. XY-Clan-Killer-2. XXL und CL-L-L-C-R-2. XXL und CL-L-L-C-R-2. Ach so. Ich spreche nicht Schwedisch. Ja, wenn das Schwedisch ist, dann ist irgendwas schief gelaufen. Ähm. Kennst du XY-C-L-A-N-K-I-L-L-E-R-2? Kennst du XY-CL-Or-In-Case-Was? Oh mein Gott. Nein. Kennst du XY-Klan-Killer-2 auf YouTube? Was ist das für Epsilon-Klan-Kinder? Man spreche ich so undeutlich. Kennst du XY-Klan-Killer-2 auf YouTube? Kennst du XY-Type-Salone-Klan-Killer-2 auf YouTube? Ja, was ist das für ein Type-Salone da drin? Keine Ahnung. Ja. Okay. XY-Klan-Killer-2. XY-Plan-Trailer-2. How old are you? I'm 18. Ein Medizin. Wie Junge oder Mädchen? Wie Junge. Wie Junge. Wie gut sprichst du Deutsch? Sehr gut. Bist auch erregt? Ja, brutal. Ja, total. Ja, okay. Mach mich nicht nach. Doch. Mach mich nicht nach. Doch, mach mich nicht nach. Was mach ich? Ich... Äh, keine Ahnung. Ich gehöre. Ich gehöre. Keine Ahnung. Nein. Doch. Wie lang geht der Part? 11 Minuten 25. Wieso? Ähm, Cleverbot. Kennst du Spätzle mit Soß? Herrne Cleverbot, kennst du Spätzle mit Soß? I am. Ach so, alles klar. Ich wurde stark und groß durch Spätzle mit Soß. Ich wurde stark und groß durch Spätzle mit Soß. Ähm, warte. Du hast gesagt, du bist 13. Nein, 18. Neunhundertachtzehn. Falsch. 18. Ja, genau 18. Ich bin 12. Also, du bist 12, du bist ein Mann, aber doch eine Frau, heißt eigentlich Hans-Dietrich, aber jetzt doch Natascha. Also, du bist 12, du bist ein Mann, aber doch eine Frau, heißt ein dich Hans-Dietrich, aber jetzt doch Natascha. Ich bin ein Mensch. Genau, sagen wir so. Klaus Langer so. Lieber Klaus, willst du mich heiraten? Ähm, ich bin ein Mensch. Ich bin nicht Klaus, aber von mir aus gern. Baden. Ich bin, ich glaube es aber von mir aus gern. Nein. Cleverbot, ich glaube ich beende ein Partys. Weißt du das? Cleverbot, ich glaube ich beende ein Partys. Weißt du das? Yes, you do. Okay, Cleverbot, oder besser gesagt, liebe Leute, ich werde ein Partys beenden. Und ich habe, also mein, ach scheiße, was wollte ich jetzt sagen. Und jetzt habe ich es wieder versaut, verdammt. Okay, Cleverbot, oder besser gesagt, ich. In Liebe, Leute, ich werde Partybender und ich habe R-Domain aufschalten. Polizei und habe das Autostand. Ah, okay. Ist das lange für, ich bin ein Roboter. Leute, ich hoffe, ich habe genug Schwäbisch gesprochen, weil im letzten Cleverbot Part waren ein paar Kommentare, dass ich ein bisschen Schwäbisch reden soll. Mir ist aber nicht so viel eingefallen, aber ich hoffe, ich habe trotzdem etwas Schwäbisch geredet. Mal gucken, was er sagt dazu. Leute, ich hoffe, ich habe genug Schwäbisch gesprochen, weil er in den Wecker Cleverbot Part war ein paar Kommentare. Das innere Schwäbisch rede, soll ich alles für einen Fall ab. Ich hoffe, ich habe trotzdem etwas Schwäbisch geredet. Vielleicht sollte ich da einen Strom abstellen. Genau, Cleverbot, das machen wir, wir stellen jetzt meinen Strom ab. Und dann sage ich mal ciao und bis zum nächsten Part, bis zu Part 11, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, okay, ciao, Leute. Genau, Geppotes, mach mal, wir stelle ich meinen Strom ab. Und sag mal, ciao und bis zum nächsten Part 2, Part 11. Glaube, ich will mich nicht alles täuscht. Latitude, you are artificial, oh Gott. Ciao, Leute. Und die Spracherkennung ist scheiße. Charlotte, und die Spracherkennung ist scheiße. Ja, okay, also ciao, bis zum nächsten Part.